Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Weihnachten, also wenn du das Video am Uploadtag guckst, dann ist gerade Heiligabend. Ich nehme jetzt dieses Video hier auch gerade am 23. auf, um, weiß ich nicht, 23 Uhr oder so. Und ich möchte einfach dieses Video nutzen, um Danke zu sagen. Danke für ein absolut fantastisches Jahr, 2016. Der Kanal hat sich unglaublich gut entwickelt in diesem Jahr. Ja, viele von euch sind neu dazugekommen, viele von euch haben mir die Treue gehalten. Und ihr bereichert diesen Kanal ungemein mit eurem Feedback, mit eurem positiven Kommentaren, mit konstruktiver Kritik, mit Verbesserungsvorschlägen, mit Video-Vorschlägen, Themenvorschlägen, Likes und so weiter. Also ich freue mich da mal ungemein, wenn da irgendwie Feedback von euch kommt, egal in welcher Form. Also das macht das Ganze wirklich extrem lohnenswert und motiviert auch natürlich weiterzumachen. Und dafür wollte ich einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Und dadurch, dass heute Weihnachten ist, möchte ich euch an erster Stelle natürlich ein absolut fröhliches Weihnachtsfest wünschen. Viel Zeit mit der Familie und vielleicht auch mit Freunden. Und das ist, denke ich mal, das Wichtigste und natürlich auch ein paar nette Geschenke. Apropos Geschenke, ich möchte dieses Video auch nutzen, um euch was zu schenken zu Weihnachten. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ist ja gestern der Teaser zu meinem neuen Videotraining rausgekommen. Cityscape Masterclass aus Dubai. Das habe ich ja jetzt hier im Herbst gedreht und es ist gestern erschienen. Und es freut mich schon ungemein, dass so viel Feedback dazu gekommen ist, dass es so gut angekommen ist. Also herzlichen Dank dafür. Und ich habe mir gedacht, weil jetzt Weihnachten ist, schenke ich euch einen Auszug aus diesem Videotraining. Das heißt, eine Lektion gibt es gratis für euch und ihr könnt da einfach mal reinschnuppern. Und wenn ihr dann sagt, okay, das ist was für mich, dann solltest du da auf jeden Fall vielleicht dann auch zuschlagen. Alles, was du dafür tun musst, um an diesen Gratis-Auszug ranzukommen, ist, dich einmal in mein Newsletter einzutragen. Dieser Newsletter wird leider im Moment noch relativ unregelmäßig verschickt. Meistens so alle zwei, drei Wochen mal. Ich wollte das eigentlich ursprünglich mal einmal pro Woche machen und da natürlich meine neuesten freien Tutorials ankündigen. Vielleicht auch ein paar Tipps mal. Ab und zu gibt es auch mal eine kostenlose RAW-Datei dazu. Je nachdem, was halt auch in dem Tutorial passiert, was ich dann da gerade bearbeite. Und ja, ab und zu gibt es dann halt auch mal einen kostenlosen Auszug aus einem neuen Videotraining von mir. Du kannst natürlich auch einfach sagen, wenn du gar keine Lust hast auf den Newsletter, du trägst dich jetzt einmal ein, bekommst den Gratis-Auszug und trägst dich dann direkt wieder aus. Aber wenn du in dem Newsletter drin bist, dann gibt es natürlich auch immer wieder ein paar extra Infos und vielleicht auch mal ein paar Specials, die Newsletter-Abonnenten bekommen. Das soll mein Weihnachtsgeschenk für euch sein. Wirklich vielen, vielen Dank nochmal für eure Treue. Bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ich hoffe natürlich, dass das Jahr 2017 genau so weitergeht, beziehungsweise vielleicht sogar noch besser wird. Also ich habe da natürlich auch ein paar Pläne. Vielleicht hast du es auch mitbekommen. Ich werde im 2017 auch Workshops anbieten. Die ersten zwei sind da jetzt auch online gegangen. Und der Berlin-Workshop zum Beispiel ist auch schon fast ausverkauft. Also wenn du da dabei sein möchtest, solltest du dich auf jeden Fall beeilen. Der findet im März statt. Und dann gibt es noch einen Workshop in Dubai. Und der findet im November statt. Und da gibt es auch noch ein paar Plätze. Da kannst du das alles einsehen auf meiner Webseite www.stephanschäfer-store.de. Wenn du da Interesse hast, guck einfach mal drauf. Das Ganze wird auch mit einem richtigen Reiseveranstalter durchgeführt. Und da sind Flüge mit Emirates mit dabei. Das Hotel, ein Vier-Sterne-Hotel ist das, mit Frühstück ist mit dabei. Der Aufstieg auf den Burj Khalifa, auf das höchste Gebäude der Welt ist mit dabei. Eine Wüstensafari ist mit dabei. Was noch? Metro-Karten sind schon mit drin. Alles mögliche. Wirklich ein absolut cooles Komplettpaket, was wir da geschnürt haben. Und wenn du da Interesse hast, solltest du auf jeden Fall mal da unten reinschauen. So, das war genug Werbung. Ich hoffe, wenn du bis jetzt durchgehalten hast, dieses Video, dieses Laber-Video, dann wünsche ich dir, wie gesagt, noch mal frohe Weihnachten. Es wird höchstwahrscheinlich am Mittwoch noch mal ein richtig cooles Fotografie-Tutorial geben. Zum Thema Silvester vielleicht. Also bleib da auf jeden Fall dran. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos und dann auch irgendwann im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank für alles. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.